Video Ist das fertig? Koste mal Wer hat das gemacht? Du? Das ist normal und wunderschön Okay, gib den oben in den Zeland Langsam, langsam Ja Und eins noch Nun? Okay Perfekt Perfekt Hast du gut gemacht? Wie ist die Serie? Du hast gekocht und du bist auch die Serie Und? Wie schmeckt das? Mhm Und jetzt kommt die Arte dran Verpassen Nicht so viel von Arte Weil ich glaube, die Arte ist nicht so groß Der hat nicht so großen Hunger Okay Super, dankeschön Das muss auch noch kosten Äh, warte Mhm Ist die gleiche, was ich benutzt habe? Nein Und? Wie schmeckt? Gut Gut Hast du gut gekocht? Und bist du heute Chef? Chefköchen 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 Wir haben den Soße her Was hast du gekocht denn? Wir haben Steak Gedeckt Salat und Tomaten Alles Wer hat das gemacht? Ich Hast du auch? Du ist schön aus Ich kann schöner schneiden als ich Nein, du kannst auch Schmeckt Schmeckt Ja Eli hat das gekocht, Arte Und Schick uns eine Passwort Und Dann Schicken wir uns Zweiten Das war der Erste Tschüss Viel gepasst heute Okay Telefonnummer Telefonnummer Warum? Wo warst du welche Telefonnummer? Bist du im Blagerrennen jetzt da? Bist du im Blagerrennen? Willst du schon ein Video machen? Hey Linde hat er leer? Mhhh 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 Bist du schön? Mhhh Lass es Lass es Alles andere Mhhh Hallo ihr Lieben Wir machen jetzt das zweite heute in der Nacht Und Wir haben schon fast alles aufgegissen Sie? Richtig Mhmm Und wer ist heute der Chef? Ich Wie heißt du? Alia Mhmm Und das ist Aida Mhmm Und Wir sind die Chefköchen Mhmm So viele sind wir Und Morgan Wer kocht morgen? Ich Wir Beide? Ok Schauen wir mal Der Ate ist fertig zum Lernen Der Ate ist fertig zum Lernen Ich glaube du bist für Schnuffdehle Und Danach machen wir alles mit dem Lassenletten Ok? Tschüss Sag auch Tschüss 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 Bye 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 Das ist so lecker Chefköchen Elli Ich gebe dir 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte Oder 26 Hallo 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 punkt 5 Punkte napsoals ическая anderes. Wir beide. Diesmal schläft noch Mama. In der Früh? In der Früh. Und dann? Aber ihr geht ministrieren morgens. Muss ihr früh aufstehen? Am Abend. Wenn wir genug Zeit haben. Das war das dritte. Und dann machen wir das fünfte, okay? Wie viele war das? Kann ich jetzt auch schalten. Kann ich schon auch schalten und sag Bye-bye. Bye-bye. Tschüss. Sonst klickst du auf den Videochap. Es geht auf Handy. Bei uns Adi hat er nämlich ein. Es geht auf sein Computer. Und zum Schluss zum Handy. Es ist immer die richtige Reihenfolge. Zuerst das Handy. Dann das Teppel. Dann meine Uhr. Und dann erst der Computer. Wenn ihr ein Handy habt und ein Tablet habt. Dann könnt ihr ein Tablet haben. Dann könnt ihr es ja machen auch. Ist das lecker und leer? Ja. Mein Teller ist schon weg. Leer. Und dann auch noch nicht. Kannst du dir alles abholen, Peter? Okay. Dann geht's schon weg. Dann geht's schon weg. Dann geht's dir das Handy. Oh, Aschen. Oh, Aschen. Was ist das? Und wir waschen. Du bist Musch und Mutme. Wir waschen das dann. Was? Mutzig. Aber du weißt eh, dass das Kerlöl ist. Mhm. Und sie geht jetzt weiter schon. In beiden Zimmern. Sie trinkt in meinen Künstler rein. Ist okay. Das ist gar nicht okay. Mhm. Mhm. Oh. So. So sieht mein Künstler aus. Ist auch leer. Okay. Deswegen kann ich das drauf geben, Mama. Deswegen. Mhm. Mhm. Alles lecker. Zu lecker. Mhm. Das leckerste Abendessen. So easy. So easy? Ja. Morgen mache ich das Abendessen. Da wird's nicht easy. Ja. 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 Ja.